liebe freunde und herzlich willkommen zu brem wunderschön ja was ist brem brem ist ein point and click adventure game wo es um den tod geht und seine tochter offenbar ich kann euch gerade so viel dazu sagen tatsächlich weil ich habe das spiel erst vor kurzem auf steam entdeckt man bevor es ist erst auch heute erschienen am 24 10 ich habe es aber zwei drei tagen aber ist gesehen und von den styles wieder mal geil plus deutsche sprachausgabe alles drum und dran und dann habe ich ja gesehen dass es ja von den entwicklern ist die anfang sind ist incident gemacht haben und 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 luna nennen die shadowtaster wie es heißt also die morgen geile games und die haben wir ich habe nämlich überlegt mir das spiel zu kaufen und ich bin noch ein drober dran der mein kanal verfolgen die wissen es und jetzt wieder was neues anfangen wenn ich mit den anderen nicht fertig bin ist auch blöd und habe mir gedacht ich kauf es mir dann wenn ich jetzt noch demnächst urlaub habe spielen wir das andere fertig und was passiert habe eine e mail im postfach und das spiel wurde mir zugesendet darum herzlich lieben dank dafür freue ich mich wirklich sehr darüber ihr bringt mir wieder deine petrouille und zeitliche aber das nehmen wir gerne kauf und werde jetzt einmal ein paar folgen machen ich hoffe dass ich so oft dass jeden tag was kommt die heutige folge wird spät am abend erscheinen und dann sollte es täglich um ab 14 uhr denke ich erscheinen weil jetzt diese visions of mana vorbei und da habe ich dann hier genau dort ein plätzchen wieder frei weil heute erscheint die letzte folge das heißt heute gibt sogar vier let's place auf dem kanal und dann ist ab morgen ab 14 uhr ein platz frei für prim und das ist nicht schlimm also gut freunde dann lange rede kurzer sinn gar kein sinn alles sinn völlig egal wir starten einfach mal ein neues spiel und schauen wir mal rein ich bin echt gespannt wie es so ist was ist da muss ich was tun schneidende lebensfahren durch will ich das fangen schon zu hören dass ich schon mal einen warte mal kurz ja ich rede mit dir mensch bist du dir sicher dass du weißt was du da tust ein lebensfaden zu zerschneiden für zum tod eines menschen und das ist unumkehrbar kloto sag du doch mal was lachesis halte dich aus der entscheidung des menschen raus schwester als schicksalsgöttinnen sollen wir neutrale beobachter sein habe ich recht atropos atropos erinnerte ihre schwestern daran dass ihr streit vollkommen umsonst war die entscheidung des menschen war schon lange vorher bestimmt das ist eine lüge atropos kannst du nicht einmal normal sprechen atropos fand ihre art zu sprechen durchaus normal und überging die bemerkung elegant so mensch du bist dran was wirst du tun ja gehen muss es worauf wartest du mensch trifft deine wahl worauf wartet das sterbliche wesen wandte sich an atropos geil ich mag es jetzt schon das moralische dilemma in dem es sich befand das sterbliche wesen denk der hand sonnenschein du musst das nicht tun aber dann ist das let's play your hair schon vorbei denk der hand sonnenschein du musst das nicht tun dann gibt es keine aufrufe keine klickzahlen dann werde ich nie millionär ich muss zack ende aus schnippschnapp ich auch nicht um ehrlich zu sein und trotzdem musste er erzählt werden was moment mal ich erinnere mich an diesen ort wir waren viele male gemeinsam hier die welt dazwischen wir fanden dies sei ein passender ort für unsere begegnungen ich meine eine sterbliche der tod begegnungen sehr charmant tanathos wie immer diese schatten sind das die seelen die du nicht sie sind hier befangen um mich für immer an mein versagen zu erinnern du musst dir selbst vergeben tanathos ich würde es begrüßen wenn wir die vergangenheit ruhen lassen du wirst dich niemals ändern oder der tod ist genauso unveränderlich wie unabwendbar nun zeig dich schon es gibt keinen grund deine show bei mir abzuziehen hallo hallo Alter schaut doch schräg aus oder geil ist jetzt schwanger der schatten oder was du siehst tot aus ich fürchte ja ist es die frau und das ist das kind dann vom token ah was ist mit prim ist sie dem kind geht es gut es gibt keinen grund zur sorge nein es geht ihr nicht gut sie braucht jemanden der ihr zur seite steht gerade jetzt erinnere dich an die verheißung der schicksalsgöttinnen als sie geboren wurde eine macht über leben und tot würde in ihr erwachen sobald sie sobald sie 16 jahre alt wird ich weiß vergessen liegt nicht in meiner natur pass mal auf bis jetzt war es ja in ordnung dass du dich fein aus allem rausgehalten und dein ding durchgezogen hast wir sind sehr gut ohne dich zurecht gekommen aber jetzt jetzt ist das anders sie braucht hilfe nun ich hörte die weisen häuser heutzutage seien besser als ihr ruf ist das alles nur ein kosmischer witz für dich sie ist auch deine tochter wie soll ich mich um mein kind kümmern du weißt wer ich bin ich weiß dass du verpflichtungen hast aber deine tochter sie ist eine von ihm sie braucht dich ich brauche dich also wirst du einen weg finden müssen wie du für sie da sein kannst versprich mir das ich versprich es mir so sei es also ich verspreche es gut und sei nett zu ihr hörst du ich werde es versuchen dann bin ich bereit glaube ich für das was als nächstes kommt auf wiedersehen man schreiben du ob es also ja da muss ich ich schaue immer so auf das Was passiert dann? Fängt schon gut an. Aber. Das kann man vorstellen. Wie das funktioniert. Im lebt ja nichts. Wie kann da der Samen keimen? Prim. Jetzt wissen wir, wie die Tochter ist. Es geht um die Tochter. Alter. Im ersten Schimmer, dass Thanatos, der Gott des Todes, bereits auf dem Weg zu ihr war. Die Gedanken des Mädchens waren von einem Nebel aus Trauer umschlossen. War ihre geliebte Mutter Morven doch erst Wochen zuvor durch einen furchtbaren Unfall verschieden. Der Verlust einer geliebten Person bringt Menschen dazu, seltsame Dinge zu tun. In Prims Fall tat sie, was alle 15-Jährigen getan hätten. Ein verbotener Ort zu gehen. Ist das so? Ups. Der ist 15, aber das ist ja kein, oder? Das ist ja kein Wüchsiger. Momsgeheim-Versteck. Sie hätte mir nie erlaubt, hier rauf zu gehen. Prim, bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Da oben ist es ganz schön dunkel. Lass dir nicht wieder ins Hemd, Triss. Können wir nicht wenigstens warten, bis das Wetter besser ist? Das Gewitter macht alles doppelt so grüßelig. Komm schon, du Feigling. Du hast es versprochen. Mach jetzt keinen Rückzieher. Muss ich wirklich? Tristan, bitte. Das ist wichtig für mich. Wenn ich durch Moms alte Sachen stöbere, dann fühle ich mich ihr irgendwie nah. Wenn auch nur für einen Moment. Na gut. Aber ich bleib auf der Leiter. Das ist aber jetzt schon größer als wir. Was ist das alles? Als Prim. Schau mal. Aber wir sind hier, um es herauszufinden. Linksklick zum Herumlaufen. Ich muss auch, ich finde das gerade. Die können das echt gut. Ich habe echt ein Händchen für einen guten Style, sage ich mal. Artstyle. Das habe ich schon gesehen. Ich habe Anfall-Sins-Incidents gespielt. Das war auch richtig geil. Da habe ich das Let's Play noch auf der Festplatte. Das müsste ich mal hochladen. Das ist ein richtig geiles Game. Das habe ich noch retten können. Vorher habe ich da meinen Kanal und alles andere verloren habe. Ziemlich. Habe ich schon vor langer Zeit aufgenommen. Das muss ich unbedingt rollen. Und von den Machern kommt ja auch ein neues Game auch noch raus. Das schon in der Mach ist. Also die haben echt ein Händchen für das. Also zumindest bei mir. Mein Geschmack treffen sie immer. Jetzt einmal abgesehen vom Story, vom Spielverlauf. Wobei Anfall-Sin-Incidents hat eine sehr geile Story. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Hier weiß ich es natürlich noch nicht. Aber die treffen halt immer bei mir den richtigen Hebel. Und das schon nur mit dem Style. Das ist halt richtig cool. Und jetzt können wir mit Linkslauf. Und haben eine seltsame Puppe und haben Tristan hier schon. Arachna-Phobie. So schlimm wie noch nie. Aber schau mal. Es sei Oberkörper gefüllt. Aber es ist schon so groß wie sie. Also was? Ei? Bild? Fangen wir beim Bild an. Was dafür ein Ort abgebildet ist. Normalerweise hat Mom keine Fotos von Gebäuden gemacht. Sie war mehr der Porträt. Das schaut aber aus wie so eine Kirche oder ein Schloss. Kann man irgendwie das... Geht das weg da oben oder... Ah, jetzt dann. Hm. Seltsam. Die Dielen machen hier ein anderes Geräusch. Das ist beim Boden bei uns zu Hause überall so. Und ihr solltet das wirklich mal reparieren lassen. Das macht mich echt wahnsinnig. Madame kann jederzeit in ein Hotel umziehen. Wenn sie möchte. Haha. Du weißt, ich bin dir und deiner Familie super dankbar, dass ihr mich aufgenommen habt. Ehrlich. Obwohl mein Dad ununterbrochen seine seltsamen Kunststücke übt? Der Mann ist so peinlich. Hm. Ein Preis, den ich bereit bin zu zahlen, um nicht obdachlos zu sein. Und um bei deinem besten Freund zu wohnen. Ja, das kommt noch. Also, was ist da jetzt unter meinen Füßen? Die drei Fragezeichen sind unter unseren Füßen. Wir schauen mal. Wir haben da ein Ei. Wir hoffen, das Huhn, dem diese Monstrosität entstammt, ist genauso groß. Ansonsten. Autsch. Ja. Äh. Oh. Ich hoffe wirklich, dass Mom mir das Ding nicht in die Wiege gelegt hat. Wobei, es würde die Albträume erklären. Ist die so geruselig? Naja, das schaut jetzt nicht so schlimm aus, oder? Fremdartiges Instrument. Das ist eine Harfe. Mom und Musik? Nein, wahrscheinlich war das nicht ihre. Maulwurf-Futter? Ein Zick mit Maulwurf-Futter? Seltsam. Gibt's sowas wirklich? Gibt's explizit, speziell, also Maulwurf-Futter? Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Ich hätte sowas noch nie gesehen. Ich weiß es, aber für Igel gibt's. Das weiß ich. Aber für Maulwurf? Wäre mir noch. Dieser Teil des Dachbodens ist total dunkel. Ohne Licht werde ich hier wohl kaum was machen. Und wir wissen alle, dass die tollsten Dinge immer an den dunkelsten Orten zu finden sind. Ja, das ist ja leider das Schlimme. Das Haus von Tristans Familie. Wir sind Nachbarn, solange ich denken kann. Und nachdem Mom gestorben war, hat seine Familie mich bei sich aufgenommen. Okay. Ich gehe, oder wie ist es jetzt? Das komische Hinz. Eine Schatulle und ein Geschenk? Das muss für meinen Geburtstag sein. Aber hast du nicht nächste Woche Geburtstag? In drei Tagen und zwei Stunden, um genau zu sein. Mom hat eben vorausgeplant. Es ist, als hätten diese Sachen hier auf mich gewartet. Das, das, das da, taugt mir mal am meisten. Ah. Aufwärts oder I. Tagebuch haben wir schon. Kann das weggehen, das I know? Hi Mom, ich weiß, du hast mir immer verboten, dein Zeugs auf dem Dachboden zu durchstehen. Ich musste mich dir einfach nahe fühlen. Bitte sei mir nicht böse, du fehlst mir. So du, in Moms alten Zeug etwas Spannendes finden. Moms Kamera! Yay! Sie hat ihr alles bedeutet. Und sie wollte, dass ich sie bekomme. So, alte Polaroid-Kamera. Können wir damit in der Dun... Oh, das ist ein Blitz. Dann können wir in der Ding-dunklen Ecke. Moms geliebte Polaroid-Kamera. Sie hat das stärkste Blitzlicht, das ich kenne. Haha. Machen wir mal die Schatulle auf, ne? Was für eine seltsame Schatulle. Jetzt würde ich schon sagen, die kommt nicht ran. Dafür, dass sie so klein ist, ist sie ziemlich schwer. Ich kann sie nicht anheben. Aber vielleicht kriege ich sie ja auf. Aha. Zuerst das Rätsel. Und ich sehe kein Schlüsselloch. Nur eine Einkerbung in der Form eines Totenschädels. Es muss einen Weg geben, sie aufzukriegen. Und ich bin mir sicher, Mom hat hier irgendwo was versteckt. Die Schatulle öffnen. Gut, ähm... Wie funktioniert denn das? In die Dunkel Ecke blitzen. Mal sehen, ob wir hier ein wenig Licht ins Dunkel bringen können. Boing. Die Batterien scheinen leer zu sein. Ich sollte Tristan fragen, ob er mir welche holen kann. Um Gottes willen. Der kommt mir nie wieder. Holt Batterien. Kannst du mir bitte Batterien aus dem Wohnzimmer holen? Ich brauche sie für die Kamera. Klar. Aber sei vorsichtig. Du kennst mich. Ich bin so elegant wie... Mir geht's gut. Ne. Er wird es niemals lernen. Ach. Treppensteigen. Hallo. Hier. Die Batterien. Und... Ein Keks. Cool. Danke. Das ist mein Keks. Mit einem Essen auch. Wie kann ich denn essen? Er mag alt sein. Aber nicht alt genug, um ihn nicht mehr zu essen. Köstlich. Mh. Komm auf die dunkle Seite. Wir haben Kekse. Ist ja ungeschaut. Entschuldigung, der Darkseid. We have Cookies. Kennt man ja den Sprung. Alt und nicht neu, aber immer noch zeitgetreu. Damit sollte es gehen. Cool. Jetzt dann. Alter, die Kameras mit den Batterien. Geil, Alter. Auf zu einem neuen Versuch. Und jetzt müssen wir warten, bis ich das Foto entwickle. Ich sollte mir das Foto ansehen. Vielleicht finde ich darauf ja etwas Interessantes. Mhm. Noch ein großer Haufen Zeugs. Gehen wir mal ein bisschen ins Licht. Aha. Ein Toudenschädel. Das Blitzlicht reflektiert haben muss. Bestimmt kann ich es jetzt in der Dunkelheit finden. Echt? Ja gut. Dann wissen wir jetzt sozusagen, wo der Totenkopf ist. Ja, ja. Haben wir schon. Dann müssen wir jetzt dann das im Dunkeln so finden. Schimmerndes etwas. Da hängt sie schon mal. Erkennt sie gut. Zack. Eine Halskette. Sie muss Mom gehört haben. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr Geschmack so schräg war. Naja, sie ist ja nur Totenkopfkette. Du, ist das jetzt tatsächlich nichts, was ich nicht auch besitzen würde. Bin ich jetzt deswegen auch schräg, du Böck? Naja. Gut. Aber ich verstehe schon, was sie meint. Man rechnet nie damit, mit so etwas. Das ist Leberzeichnung. Freut mich. Der kleine Schädelanhänger passt genau in die Vertiefung der Schatulle. Mal sehen, was da drin ist. Dein Vater. Was? Was war das? Okay. Das wird mir langsam zu schräg hier oben. Prim. Können wir jetzt gehen? Bitte. Weißt du was? Geh du doch schon mal vor. Ich brauche sowieso einen Moment für mich. In Ordnung? Bist du sicher? Ja. Aber lass mir noch Kekse übrig. Da musst du dich schon beeilen. Tschüssi. Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Doch mit der Trauer ist es nicht so leicht. Der Schmerz verbleibt oft wie ein lästiges Stechen, das sich weigert, ganz zu verschwinden. Oder er wandelt sich. Ändert die Form und wird zu einer Last, die leichter zu tragen ist. Ein Freund, der Trost spendet. Ein weiches Bett. Oder ein Teller mit Keksen können den Unterschied machen. Denn sind wir mal ehrlich. Kekse machen alles besser. So ist es. Der Markus, ich. Achso. Meine Mutter Morbid. Sie haben die gleiche Nase. Naja, oh Gott. Das war nach Tristans seltsamer Besessenheit davon, Seiltänzer werden zu wollen. Ging nicht gut für ihn aus, was niemanden überrascht hat. Er ist wirklich ein Horn-Ochse. Aber er ist mein Horn-Ochse. Was zur Hölle? Wer ist das? Okay. Was schimmert da hinter diesen Kisten? Ich weiß nicht. Sollten wir dort hin? Schaut aus, wir haben ein offenes Feuerchen. Das ist nicht so toll in einem Gebäude. Ich räume sie zur Seite. Oh. Ein Weg in eine andere Dimension. Na, holen Priestern. Neugierig und nicht ganz ohne Angst, näherte sich Prim dem Kreis aus Licht, der sich vor ihr gebildet hatte. Doch bevor sie ihn erreichen konnte... Ich darf weder. Aus dem Portal trat ein Skelett in schwarzer Kutte. Augen so schwarz wie die Nacht. Und mit einer Stimme, die mehr in Prims Kopf erklang als in ihren Ohren... Das ist Opelzeichen da auf dem Kopf. Ich bin der Tod. Dein Vater. Und von nun an befindest du dich in meiner Obhut. Das ist doch einmal ein Auftritt, oder? Und du kommst jetzt mit. Menschen haben nicht die leiseste Ahnung, wie sie reagieren sollen, wenn sie dem Sensenmann begegnen. Mit Verholen? Nach sorgfältiger Abwägung aller Möglichkeiten... ...entscheiden sich die meisten von ihnen für das Naheliegendste. Sie fallen tot um. Ne, ist aber echt gut. Ich glaube nicht, dass die Mutter sie gedacht hat, dass das passieren soll. Als ihr lange verschollener Vater sie durch das Portal trug, ließ Prim mein ganzes Leben zurück. Einen treuen Freund und eine kaputte Kamera. Prim? Prim! Egal wie oft und wie laut Tristan nach ihr rief, Prim blieb verschwunden. Oh, armes Kind. Wird her, wie das Probleme kriegen, denk ich einmal noch. Wird ja, wenn all fragt, dass die es entführt und hast du nichts gesehen. Aber Prim wurde an einen Ort gebracht, den Sterbliche normalerweise nur zu Gesicht bekommen, wenn sie das Zeitliche segnen. Das Reich der Toten Teil 1. Eine Berührung zu viel. Das Reich der Toten. Drei Tage und zwei Stunden später. Nehmen wir hin. Zwei Stunden sind wichtig. Alles Gute zum Geburtstag, Prim. Kann ich eintreten? Als ob du es lassen würdest, wenn ich Nein sage. Komme ich ungelegen? Samuel. Du kamst ungelegen, als du mich gekidnappt hast. Ja, aber so ist es. Du kamst ungelegen, als du mich gekidnappt hast. Wir haben das bereits besprochen. Unzählige Male. Ja, aber du hörst nicht zu. Alter, das ist jetzt ein Seppel. Ich habe ein Opelzeichen auf den Kopf. Ich weiß, dass heute ein besonderer Tag für dich ist. Ich nehme an, du hast deinen Geburtstag stets mit deiner Mutter gefangen. Vielleicht mit Freunden. Was weißt du schon? Du hast sie umgebracht. Ich bringe niemanden um, Prim. Das schaffen die Menschen ganz alleine. Ich helfe ihnen lediglich beim Übergang ins Totenreich. Und warum kann ich sie dann nicht besuchen? Auch darüber haben wir gesprochen. Deine Mutter befindet sich in Elysium, auf der anderen Seite des Flusses. Dort endet mein Einflussbereich. Genau wie deiner. Sie ist außerhalb unserer Reichweite. Also... Ich wollte, dass du die hier bekommst. Hältst du Platonschuhe? So wie du es vielleicht gewohnt bist. Aber sie ist bereits seit langer Zeit im Besitz unserer Familie. Sie wurde von Generationen zu... Was soll ich mit einem dämlichen Taschenmesser? Nun... Zunächst ist es eine Sense und kein Messer. Mir egal. Den ganzen Tag warst du weg und platzt nun rein, um mir eine blöde Sense zu schenken, die so nutzlos ist wie der ganze andere Müll, von dem du willst, dass ich damit meine Zeit verschwende. Ich sehe, du bist gerade nicht in der Stimmung für eine Unterhaltung. Ich werde später wiederkommen. Ich muss ohnehin... Warte. Ja. Mein ganzes Leben warst du nicht da. Was für ein Recht hast du jetzt über mich zu bestimmen? Mein ganzes Leben warst du nicht da. Was für ein Recht hast du jetzt über mich zu bestimmen? Ich musste euch verlassen, um meine Pflicht hier zu erfüllen. Deine Mutter hat das verstanden. Tu nicht so, als würdest du sie kennen! Und doch ist es die Wahrheit. Nachdem wir unsere... Liaison beendet hatten... Eklig. Er spar mir die Details. Allein die Vorstellung. Wir einigten uns darauf, dass du mit ihr in der Welt der Lebenden bleiben würdest, während ich mich weiter meinen Verpflichtungen widme. Aber jetzt ist sie fort. Und hier sind wir nun. Ja. Hier sind wir. Hier gibt es nichts zu tun. Erwartest du von mir, den ganzen Tag nur rumzusitzen? Ich wusste, ich würde nicht viel Zeit für dich erbringen können. Also habe ich in Erwartung deiner Ankunft ein breites Spektrum an Lern- und Spielgeräten zusammengestellt, das dir zur freien Verfügung steht. Das ist mehr, als jedes Kind wollen könnte. Ich bin aber kein Kind mehr. Geht das nicht in deinen hohlen Schädel? Was soll ich mit einem Schaukelpferd? Geil. Es ist ein Spielzeug mit einer faszinierenden Historie. Die ersten Exemplare reichen bis ins Mittelalter zurück. Ihre Funktionsweise ist so simpel wie zeitlos. Man klettert in den Sattel und durch das Verlagern des eigenen Körpergewichts. Es ist sinnlos, Thanatos. Mit dir zu reden ist sinnlos. Ich gehöre hier nicht hin. Alle Seelen gehören hier hin. Irgendwann. Das ist die Natur der Dinge. Ein Mädchen als Geisel nehmen. Sehr natürlich. Du bist keine Geisel. Ich bin dein Vater. Jetzt, da deine Mutter sich nicht mehr um dich kümmern kann, ist es zu meiner Aufgabe geworden. Und ich kann das nur in meinem Reich tun. Ich darf meine Arbeit nicht vernachlässigen. Aber... Gehückel. Gehückel. Mein Entschluss steht fest. Ich hatte ein Leben. Und du hast es mir gestohlen. Ich hatte... einen Freund. Es gibt unzählige Geschöpfe in meinem Reich. Ich werde dir erlauben, sie kennenzulernen, so dass du neue Freunde finden kannst. Aber natürlich erst, wenn du mit deinen ohnehin zwecklosen Fluchtversuchen aufhörst. Da kannst du warten, bis du tot umfällst. Sehr lustig. Kann ich Tristan wenigstens besuchen? Kann ich Tristan nicht wenigstens besuchen? Auf gar keinen Fall. Es ist zu gefährlich. Warum? Gefährlich? Ich kann auf mich aufpassen. Das meine ich nicht. Was meinst du dann? Möglicherweise... Hast du dich verändert. Meinst du die Haare? Das ist doch halb so wild. Nein, das ist es nicht. Hast du in letzter Zeit irgendwelche anderen Veränderungen an deinem Körper bemerkt? Worauf möchte ich hinaus? Thanatos. Widerlich. Ich nehme an, das ist ein Nein. Das ist ein kümmer dich gefälligst um deinen eigenen Kram. Alles, was du sagst, klingt nach faulen Ausreden. Du hast uns verlassen. Mein ganzes Leben hatte ich keinen Vater. Und das war manchmal ziemlich hart. Aber im Großen und Ganzen ging es mir gut. Denn ich hatte Mom. Weißt du, was noch schlimmer ist, als keinen Vater zu haben? herauszufinden, dass man einen hat, der aber eine riesige Enttäuschung ist. Und du kannst deinen stinkenden, schwarzen Bademantel darauf verwetten, dass ich einen Weg zurückfinde. Mit oder ohne deine Hilfe. No, no, no. Du erkundest mich gefälligst mit Respekt. Das ist ein bisschen super wachsch. Ich habe mit meinem Vater so gesprochen. Oh. War dein Papi gemein zu dir? Vielleicht bist du deshalb ja so ein Versager auf dem Gebiet. Genug. Oh. Ich habe mein Bestes versucht, nett zu ihr zu sein, Morwen. So wie ich es versprochen habe. Und was hat uns das gebracht? Ich wusste es. Der Tod und dein Kind? Es ist eine lächerliche Idee, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wichtigeres als auch um dein Kind zu kümmern. Der beste Umgang, sich ein zu garantieren, Kind, ist dein Zimmer. Und das wirst du nicht mehr verlassen, bis ich es erlaube. Toll. Toll. Und wenn du das nächste Mal meine Liebe erkaufen willst, musst du dich mehr anstrengen. Gell. Er hat die Tür wirklich von außen abgeschlossen. Ich muss einen Weg nach Hause finden. Aber zuerst muss ich aus diesem Zimmer raus. Was war das? Eine Hand. Ein mysteriöses Geschenk. Ja gut. Das ist doch mal ein Einstieg. Freunde, ich würde sagen, erste Folge. Wir haben mal das Ganze jetzt mal ein bisschen gesehen, ein bisschen kennengelernt. Gesehen, um was es so geht. Wie die Story so anfangen wird. Ich finde das jetzt schon richtig geil. Ich werde hier mal die erste Folge schon beenden, damit ich dann gleich weitermachen kann und genügend Folgen aufnehmen kann, vorausaufnehmen kann, dass ich dann die nächsten Tage, wo ich jetzt am Arbeiten bin, eben Folgen hochladen kann auf den Kanal. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich freuen über Abos, Likes. Ihr kennt das ganze Szenario eh. Brauche ich nichts erklären. Auf jeden Fall soll ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.